Wusstest du, dass dein Bewerbungsgespräch auch eine Chance ist, deinen Arbeitgeber besser kennenzulernen? Du wurdest zu einem Gespräch eingeladen. Glückwunsch! Aber was jetzt? Schauen wir uns das doch genauer an. Zuerst solltest du dich vorbereiten. Ideal wäre es, Informationen über das Unternehmen zu sammeln. Am besten noch vor dem Bewerbungsschreiben. Aber Achtung! Auch das Unternehmen informiert sich über dich. Darum achte auf deine Social-Media-Kanäle. Wichtig ist auch dein Auftreten. Es sollte gepflegt sein und zum Unternehmen passen. Bei der Bewerbung gibt es neben Einzel- sowie Gruppengesprächen auch Tests. Das ist ganz verschieden. Neben dem zukünftigen Vorgesetzten können auch andere Mitarbeiter dem Gespräch beiwohnen. Man will schließlich wissen, ob du in das Team passt. Oft kommen Fragen zu deinem beruflichen Werdegang. Ausbildung, Gründe für die Studienwahl oder den Abbruch. Fragen zu Wünschen, Zielen und Vorstellungen. Allgemeine Interessen, persönliche Stärken, Schwächen und Hobbys. Da ist es gut, darauf vorbereitet zu sein. Aber du kannst auch Fragen zum Unternehmen stellen. Der Job muss dir gefallen. Interesse und Wissbegier kommen beim Unternehmen an. Infos zur Bewerbung und mehr spannende Facts zum Thema findest du unter www.vifo.bz.it.